Hast du dich schon immer mal gefragt, wie ist es, Lehrer zu sein? Du hast die Macht, den Schülern, die du magst, nur einen zu geben und den Schülern, die du nicht magst, nur einen Sechsen zu geben. Keiner kann mir sagen, dass das nicht passiert, okay? Dass Lehrer die Schüler mehr mögen als andere, dass man ihnen beste Noten gibt. Bestimmt waren das einige Lehrer. Ich wette mit euch. Die Frage ist, würde ich das tun, wäre ich Lehrer? Das haben wir heute erfahren, denn heute bin ich nämlich Lehrer. Wir spielen nämlich den Lehrer Simulator. Ein Spiel, was momentan am meisten runtergeladen wurde. Ich hab's zufällig gesehen, dachte mir, ja, das ist ein Spiel für mich, um meine Dominanz zu beweisen, den Sechsjährigen. Ja, Spaß, ich weiß nicht wirklich, wie alt meine Schüler sind. Was? Sind vier? Okay, dann werde ich den Vierjährigen meiner Dominanz beweisen, dass sie ihnen nichts zu sagen haben. Naja, keine Sorge, aber auf jeden Fall wäre ich ein Lehrer, der die Hausaufgaben abschafft. Keine Hausaufgaben mehr, so ein Lehrer wäre ich. Und falls du dich unten kannst und abonnierst, dann wird dein nächster Test so aussehen. Oh Gott, also, ich weiß nicht, ob du das wirklich willst, also. Na gut, wenn du das willst, meinetwegen. Und lasst nochmal rum, dafür mehr Videos. Wir können uns entscheiden, soll ich ein Mann sein oder eine Frau. Und ich bin... Ich kann den Mann nicht nehmen, sorry. Ich bin die Frau. Ja, das ist das erste Mal, dass ich für eine Frau entscheide, weil ich der Mann nicht sein kann. Das sind meine Schüler und wir können Werbung wegglaufen. Jetzt kommt drauf an, wie oft Werbung kommt, aber wäre eigentlich eine gute Idee. Frage die Klasse. Was soll ich dir fragen? Welches Tier ist pink? Mh... Wir nehmen mal Lucy dann. Cool. Äh, das ist falsch. Oh Gott. Ich bin nicht mit Vierjährigen, sondern mit Zweijährigen. Oder mit Dummkindern einfach. Lass mal den Nerd nehmen. Flamingo. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Weiter so. Okay. Nicht schlecht. Was? Wofür steht LOL? Ich seh mal den Schwarzen dran hier. Äh, laughing out loud. Das ist richtig. Das bedeutet LOL. Also sich einen ablachen, sozusagen. Nicht schlecht. Zwei Antworten wurden... Zwei Fragen wurden richtig beantwortet. Ah, so funktioniert das. Ich verstehe. Ich glaub, es kommt Werbung übrigens doch weg. Fange an zu beginnen. Das ist... Äh, was? Eine Katze. Achso, er hat hingestimmt, was es ist. Das ist richtig. Ähm, kann ich... Oh, so. Oh, ähm. Oh. Okay. Ich denke, dass das funktioniert. So, das ist falsch. Das ist kein Hippo. Das ist ein Elefant. Sehr gut. Okay, also das Ding ist... Ich hab mich am Anfang einfach verzeichnet. Ähm, ja, sorry. Also tut mir wirklich leid. Cabbage. Das ist kein Cabbage, oder? Ich glaube nicht. Das ist ein Auto. Beans. Das sind keine Bohnen. Alter, was ist schief bei dir? Perfekt. Okay, wir können einiges an Englisch lernen. Wow. Das ist schon nicht schlecht, auf jeden Fall. Das ist kein Schaf, das Erste. Das ist ein Fisch, ja. Und das ist der Eiffelturm. Sehr gut. Wow. Du bist echt ein Kind, was so richtig... Intelligent ist. Ähm, hallo. Okay, sehr gut. Perfekt. Ich hab mich schon gewundert, was da passieren wird. Ich bin ein Lederer. Ich mach eigentlich keine Fehler. Der erste Fehler, den ich hatte, war nur, weil ich mich verzeichnet habe. Das haben wir richtig gemacht. Das ist sehr schön. Wir nehmen einfach das ganze Geld. Das wäre interessant. Würden Leder Geld dafür bekommen, je besser die Schüler sind. Oh, wow. Ich glaube, da würde jeder Schüler mega gut sein, weil jeder Leder sich Mühe geben würde. Ähm, oh. Was? Ah, ein zufälliges Spiel wird ausgewählt. Oh. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, oh. Ich kann mir einen Job aussuchen. Essen. Ähm, ja. Nehmen wir das hier einfach mal. Dafür gibt es, ja, Geld. Wir sollen den Stift scharf machen. Oh, vielleicht nicht zu nicht scharf. Wie nicht scharf. Hä, wir haben den. Das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert, bis er scharf ist, oder? Normalerweise müsste er jetzt, ja. Wir haben den kompletten Stift zerstört. Aber wir sind bereit für die Klasse. Okay. Finde Betrüger. Oh. Tja, wer betrügt? Ah, da ist jemand. Aha, jetzt sind wir in der Position. Ich sehe schon. Ja, weg mit dir. Also, Leder lassen einem meistens noch eine Chance. Oh. Was ist hier los? Alter, der betrügt ja echt auffällig. Ich meine, wenn du schon betrügst, dann noch nicht so auffällig. Okay. Noch jemand? Ja. Du. Nope. Hör auf. Hör auf, der hinzugucken. Meine Güte. Was für ein dreister Typ. Wir haben alle drei Schüler erwischt. Das war ziemlich episch auf jeden Fall. Ich meine, ich bin ein guter Lehrer. Sowas gehört zum Lehrer sein auch dazu. Zeichne ein Kind, was versucht zu schwimmen. Ja, ist okay. Würde ich... Was? Bad Marking. War das falsch? Wie auch immer. Ich meine, für mich war das okay. Zeichne eine Frau, die in einen Bus will. Hm. Also, ich weiß ja nicht, aber das ist kein Bus. Das ist ein Fledermaus, was du da gemalt hast. Okay. Zeichne ein Pärchen, was... Zeichne ein Pärchen, was dann heiratet und die trennen sich gerade. Also, das ist leider falsch. Es tut mir leid, aber... Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ich meine, das war echt dämlich von dir. Ihr seid ja auch keine dreijährigen Kinder mehr. Ihr seid ältere Kinder und trotzdem seid ihr zu dämlich für sowas. Aber okay. Akzeptiere ich auf jeden Fall. Nein, ich brauche keinen Scan, aber danke. Okay. So, gehen wir jetzt nächste. Und? Was kommt dieses Mal? Oh. Äh, ich weiß nicht, was hier passieren wird. Oh. Geografie. Sport. Lass mal Sport. Das macht bestimmt Spaß. Macht das die Tafel sauber. Ähm, ja, sollte jetzt eigentlich nicht so das Problem sein, oder? Also, eigentlich ist es ziemlich episch, die Tafel sauber zu machen. Es fühlt sich einfach ziemlich gut an. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Vielleicht bin ich der Einzige, aber... Ich mag die Aufgabe, die Tafel sauber zu machen. Damals zwar nicht, aber ich kann es mir spaßig vorstellen. Ähm, wo noch? Ist doch sauber oder nicht. Also, habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube... Oh. Habe ich irgendwas übersehen oder nicht? Bin ich fertig? Bitte sag mir ja. Ich habe das Spiel jetzt auf meinem iPad installiert, weil... Es ging nicht. Ich kam von der Tafel nicht weg. Es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los war. Oh, schon wieder das. Zeichne eine Ananas. Das ist eine gute Ananas. Gefällt mir sehr gut. Weiter so. Wirklich. Kannst dich freuen. Okay, was hast du? Eine Banane. Das ist ebenfalls eine Banane. Einer der geilsten... Geilsten Früchte, die es gibt. Äh, und eine Erdbeere. Ja, Alter. Heute waren die Schüler echt intelligent. Also, intelligenter ist normalerweise... Normalerweise sind die immer dämlich, aber... Ja, das war schon nicht schlecht auf jeden Fall. Ich bin stolz auf euch. Äh, ja, ich kaufe Erbung nicht weg. Ich meine... Verhaftet lasse ich mich nicht. Was kommt dieses Mal? Ich verstehe nicht genau, was es macht hier. Black. Oh, nicht schon wieder. Oh, nein. Ich will nicht schon wieder die Tafel putzen. Geografie. Oder? Okay, nee, wir gehen nur zur Geografie. Da, wo ich am schlechtesten bin. Oh, nicht schon wieder. Jetzt geht es wahrscheinlich wieder gar nicht, ne? Oh, nein. Hier, ziehe es mal rein. Ja. Es beginnt wieder, dass es hier nicht weitergehen wird. Kann das sein? Okay, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Okay, einfach alles wegmachen und hoffen, dass es dieser funktioniert. Oh. Oh, mein Gott. Hier funktioniert es wenigstens. Die Statue der Freiheit ist in Paris. Das ist falsch. People in China sind chinesisch. Das ist richtig. Der größte Fluss der Erde ist Nil. Ich habe keine Ahnung. Nil. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ach, nee. Ja, der Erde. Nil. Ich meine, ich weiß was nicht. Ich bin, wie gesagt, super schlecht in der Geografie. Ich sage einfach mal, ähm, richtig. Oh, mein Gott. Das ist richtig. Ich wusste es nicht. Ich hätte fast gesagt, es ist falsch, aber... Okay. People from... Leute aus Japan sind Japan-yout. Das klingt nicht richtig. Sorry. Ähm, die Hauptstadt von USA ist Washington, D.C. Ich meine, ist das die Hauptstadt? Äh, warte mal. Das ist falsch, oder? Ich glaube, das ist falsch. Ich weiß nicht. Leute aus Amerika sind amerikanisch. Das ist richtig. Oh. Was war falsch? Was war falsch? War Washington... Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin super schlecht in der Geografie. Äh, okay. Das weiß ich aber, dass Paris die Hauptstadt ist. Also so schlecht bin ich jetzt nicht. Aber ich bin schon schlecht. Aber jetzt nicht so schlecht. Ähm, Leute aus Russland sind Russkis. Eigentlich stimmt das, aber ich glaube, ich sollte lieber Nein erkreuzen. Der Eiffelturm ist in London. Das ist ebenfalls falsch. Sehr gut. Okay. Wird mir nicht angezeigt, wo ich falsch lag? Das ist ja mal mega frustrierend. Ich sollte das auf jeden Fall wissen, wo ich falsch lag. Ich meine, sonst kann ich ja nicht dazulernen. Ich weiß nicht wie bei dem ersten gar nicht, was der Fehler da war. Frage die Klasse. Was ist die meistgesprochene Sprache in... ...in Südafrika? In Südafrika? Ähm, ich habe gar keine Ahnung. Arabisch. Das ist... ...falsch? Ja, das ist falsch. Okay, ich dachte schon. Hä? Macht keinen Sinn. Englisch. Ja, oder? Die reden doch Englisch so, oder? Richtig? Oh mein Gott. Was sehen die denn da? Ich habe gar keine Ahnung. Sehen die nicht Englisch in Afrika? Was ist der größte Wasserfall Afrika? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß hier selbst nicht. Jog Falls. Klingt richtig. Ich sage einfach mal Ja. Scheiße. Oh Gott. Ich weiß es doch nicht. Okay. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall nicht stimmt. Aber die Antwort kenne ich jetzt auch nicht. Gehen wir mal zur Wissenschaft sein. Hier gibt es einiges auf jeden Fall. Erstmal spitzen wir die Stifte an. Weil das gehört sich so als Leder. So, falls ein Schüler nicht gehorcht hat, dann will ich natürlich irgendwas haben, was ich ihm ins Auge stecken kann. Und da ist doch ein perfekter Bleistift, der angespinnt ist. Einfach perfekt dafür. Zeig da ein Panda. Das ist ein Panda. Sehr gut. Du bist doch nicht so dumm, wie du aussiehst. Ein Korniment an dich. Eine Spinne. Ja, kann man sagen. Das ist eine ziemlich bürzerige Spinne. Ich bevorzuge es eher, wenn man sich süß aussehen lässt. Dann habe ich nicht so Angst davor. Ein Frosch. Wieso hast du die Zeichnung kopiert von deiner Nachbarin? Ich habe das Gefühl, er hatte eine andere Frage, aber hat das einfach von seiner Nachbarin abgemalt. Das kannst du nicht tun. Ich stelle euch mal vor, alle Arbeiten wären anders. Die Fragen wären komplett anders sortiert. Das wäre es gewesen. Da könnte man eigentlich... Eigentlich könnte man dann abschreiben und möglich machen, wenn jeder Test anders wäre. Das ist eigentlich geil. Finde Betrüger. Das schon wieder. Da hinten. Veronika versucht immer wieder abzuschauen. Und jedes Mal fliegst du raus. Wie gesagt, im normalen Leben sagen die Leder meistens... Ja, okay. Einmal hast du es probiert. Beim dritten Mal... Beim dritten Mal fliegst du raus. Irgendwann geht es halt zu weit, ne? Und du auch, Jerome. Du kannst nicht immer abschauen. Das funktioniert so nicht. Nicht in meiner Klasse. In meiner Klasse wird nicht abgeschaut. Weil ich ein epischer Leder bin. Oh, hier. Fernseher und Filme. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, ich muss Werbung dafür schauen. Okay. Das mache ich aber. Mache das schon wieder sauber. Okay. Ne, das würde ich abstürzen. Das würde ich abstürzen. So, das war echt frustrierend. Ich habe sogar Werbung weggekauft. Das waren 3 Euro und jetzt sind die weg. Yes. Zum Glück geht es hier wenigstens. Das freut mich sehr. Okay. Oh Gott. Das sieht aus wie Fragen, die ich selbst nicht beantworten kann. Charlottes Web ist ein Buch. Charlottes Web. Ich habe sowas noch nie gehört, aber ich glaube nicht. Keine Ahnung. Der Eck, der Schauspieler von Iron Man heißt Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. So sieht er aus, wie würde er so heißen. Avengers ist ein Magazin. Das ist falsch. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was falsch war, aber ich glaube das erste oder so. Oder beide. Oder alles war falsch. Kann auch sein. Sylvester Stallone. Ja, das war er doch, ne? Ich glaube ja. Von Rocky. Von Rocky. War doch Sylvester Stallone, oder? Ich glaube ja. Ähm, Freund von Harry Potter, Ron Weasley. Das ist richtig. Ähm, von Terminator Arnold Schwarzenegger ist ebenfalls richtig. Okay. Wow. Ich weiß ein paar Sachen. Das ist nicht schlecht. Okay. Ähm. Von Top Gun. Tom Cruise. Keine Ahnung. Aber Tom Cruise ist ein Schauspieler und er sieht so aus, als würde er einen Film machen, der Top Gun heißt. Also sage ich mal ja. Pirates of the Caribbean ist ein Film. Das ist richtig. Von Tom Brady and Janina Jolie. Wow. Die sind echt intelligent. Ich glaube, die meisten Sachen, die sie machen, sind richtig. Außer ich wäre Schüler, dann würde ich alles falsch machen, weil ich immer sehr schlecht in der Schule war. Leider. Beziehungsweise, was heißt leider? Es war einfach so. Ich soll wieder die Kasse fragen. Wie viel, was? Wie viele Schwestern hat Joey Zibani von Freunden? Woher soll ich es wissen? Äh, wie, wie, Schwestern hat zwölf. Zwölf Schwestern hat doch niemand, oder? Das ist viel zu überzieben. Zwei. Sagen wir zwei. Ah, woher soll ich es? Ich weiß es ja nicht. Oh mein Gott. Welches Haus ist Harry Potter ein Teil von? Hufflepuff. Hufflepuff, das ist falsch. Achso. Achso, ja, ich glaube, ich weiß wo. Bestimmt nicht Dumbledore. Slytherin. Nein, das ist auch falsch. Oh Gott sei Dank. Was war nochmal Harry Potter? Gryffindor. Auch falsch, oder? Oh mein Gott, war Gryff... Ich habe Harry Potter nicht gesehen. Ich habe nur die ersten vier Staffeln gesehen. Weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst mit Harry Potter. Und dann habe ich gesehen, dass es langweilig ist. Ich fand es ab der vierten Staffel langweilig. Da wollte ich nicht mehr weiterschauen. Also, ähm, ja. Deswegen, ich habe keine Ahnung mehr. Aber na gut, ich werde das Video für das Mal stehen lassen. Also jetzt, wo ihr mich wahrscheinlich hasst, weil ich Harry Potter nicht geschaut habe. Es ist ein guter Zeitpunkt, um das Video stehen zu lassen. Also, viel mehr davon lassen wir oben da. Abonniert, kostenlos, aktiviert die Videoblogger, falls ihr abonniert habt. Und bis zum nächsten Video. Bye. Bye.